Hallo und willkommen zurück zu Golden Sun. Ein etwas komischer Cut, aber das liegt eben daran, dass wir auf einem Schiff sind und es keine ruhige Stelle hier gerade gibt. Darum war das eben ein komischer Cut und wir machen einfach weiter. Gut, Beschwörung Tor. Ja, wir sind wie gesagt auf dem Schiff und müssen eben die Steuermänner verteidigen. Aber einer ist schon umgekippt. Hey, bist du okay? Sieht so aus, als hättet ihr diese Seemonstern sorgt. Wir vermissen einen Ruderer. Oh nein, er ist bewusstlos. Sieht so aus, als hätte das Seemonstern einen unserer Ruderer geschnappt. Es hilft nichts. Wie gesagt, geh und bitte einen der Passagiere zu rudern. Okay, etwas schneller bitte. So, ähm, du... Hey, du denkst doch nicht etwa daran, mich ans Ruder zu bitten, oder? Ach, ich kann nicht glauben, dass der Kerl wirklich mich wählt. Einer so noblen Person. Ja, ja. Isak, du bist wieder da und du hast auch einen Ruderer mitgebracht. Nun, du wirst für uns rudern müssen. Also gut, nimm deinen Platz ein. Du musst nun wieder diesen Bereich schützen, Isak. Vorbereitungen fertig. Kurs klar. Alles klar, wir können weiterfahren. Legt euch in die Riemen. So. Wunderbar. Ein bisschen vorspulen können wir schon. Monster. Monster und der Deck. Oh, schon wieder welche. Gut, ich spule das ein bisschen manchmal vor. Ganz einfach, weil... Das ziemlich lange sonst dauern würde. So. Gut. So, Boreas. Einer ist besiegt. Und Gericht noch beschwören. Zack. Wunderbar. Naja, einer ist wieder down. Also müssen wir einen anderen Passagier bitten. Die Geschichte kennen wir ja schon. Und nun der nächste Ruderer. Und alles wieder das gleiche. Kurs klar. Wir können weiterfahren. In die Riemen legen. Bis zum nächsten. Und das ist wieder einer bewusstlos. Kennen wir ja schon. Die Geschichte. So, wen haben wir denn noch? Ähm... Ähm... Epizentrum machen wir mal. Dann machen wir... Meteorit. Wir machen... Sturmblitz. Und wir machen... Eishorn. Sturmblitz. Epizentrum. Meteor. Sturmblitz. Und wieder das gleiche. Zack. So, das war's. Und wieder das gleiche. Sturmblitz. Stur. So. Kurs klar. Wir können weiterfahren. In die Riemen legen. Kennen wir alle schon. Ah. Isaac. Da ist ein riesiges Monster an Deck. Wenn wir nicht zu unternehmen, werden wir sinken. Du musst uns helfen. Wenn dieses Schiff sinkt, war unsere ganze Mühe umsonst. Lass uns ein paar von diesen Seemonstern schnappen. Ja. Jetzt kommt endlich mal was anderes. Die beiden sind down gegangen. Und eine Krake erscheint. So. KP stehlen. Der braucht noch. Ähm. Da müsste eigentlich Blitz helfen. Weil es ist ja ein Wasservieh. So. Schauen wir mal. 69 Schaden. Knospe. 116 Schaden. Und Hälfte. Wird uns wieder gut geschrieben. 97 Schaden. Hitzewelle. Und bewirkt Eis. 24 Schaden. Uiuiui. So. Gut. Ähm. Kiesel. Lohe. Böer. Und. Ähm. Quelle auf alle. So. Erstmal Böe. 90 Schaden. Kiesel. 99 Schaden. Lohe. 121 Schaden. Krake ist paralysiert. Das ist gut. So. Und es verbünden sich wieder. Djinns mit uns. So. Ähm. Und zwar. Ähm. Granit. Äh. Corona. Ähm. Smog. Und. Geysir. Die benutzen wir mal. Erstmal Schutzaura. Smog. 97 Schaden. Die Krake hält eine Menge aus. Verteidigung steigt. Gegner ist noch paralysiert. Dann machen wir Geysir. Attacke fällt. So. Und da wir 4 haben. Für Isaac. Machen wir das so. Das machen wir so. Dann. Ähm. Schnelligkeit erhöhen. Und. Dann machen wir es so. Gut. C4 erstmal. So. Gericht. Und. Genki-Dama. Bäm. Wumm. 551 Schaden. So. Dann Fieber. Dann Nebel. So. Ähm. Hm. Das nützt uns nichts. Machen wir Ragnarök. Machen wir Essen. Der hat 4. Der kann Tor beschwören. Und. Du machst. Sprudel. Auf dich selbst. So. Erstmal Tor. So. Bäm. Stirb. Krake. So. Ragnarök. 120 Schaden. Okay. Esse. Erhöht. Attacke. Und sprudel. Auf dich selbst. Super. Oh je. Hä. Nochmal. Oh oh. Garrett und Ivan sind down. Ähm. Hm. 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 Schwarz. Schwarz. Schwarz auf Garrett. Und du machst Boreas. Jawohl. Garrett wurde wiederbelebt. So. Jetzt Boreas. Die Eismaschine. Ja. 342 besiegt. Na. Ein Lebenswasser haben wir noch bekommen als Item. Danke Isaac. Du hast dich gut gegen diesen Kraken behauptet. Wir haben aber noch einen Ruderer verloren. Ich muss den Rumpf überprüfen. Gehe und finde jemanden der rudert. Ja, ja. Kennen wir ja schon die Story. Nach. Geh rein. So. Wer ist denn dann noch? Nein. Du brauchst nicht. Mädels brauchen nicht. So. Nein. Hier. Den Koch kann ich noch nehmen. So. Ja. Und Ruderer wieder mitgebracht. Ja. Weiter machen. Kurs klar. Weiter fahren. An die Riemen. Land in Sicht. Hey. Ich kann das Land sehen. Sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Endlich. Wir können froh sein, dass wir all die Angriffe heil überstanden haben. Die anderen Passagiere sind schon von Bord gegangen. Sie haben sich nicht mal verabschiedet. Oh, was für eine Erleichterung. Oh, ich habe mich schon seit Jahren nicht mehr so angestrengt. Und da kommen unsere Eltern. Danke für eure Arbeit. Eure Bemühungen haben dieses Schiff in den sicheren Hafen gebracht. Ich danke euch nochmals. Beeilung. In Tolbi hat bereits Kolosse begonnen. Ihr solltet euch nach Tolbi aufmachen. Äh, erst mal. Nun hatte ich nicht irgendwie einen Wiederbelebungszauber. Dann muss ich nochmal hier mit dir beleben. Und zwar Ivan. So. Natürlich macht das nicht umsonst. Ist klar. Danke. Das war's. So. Hehe. Docks von Tolbi. Alles klar. So, das Bootsticket behalten wir natürlich. Und, haha, da hinten ist eine Truhe. Eieiei. Das ist, das ist okay. Okay, okay. Hm, 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 hm. Ich glaube, da muss man einfach bloß den einen hier verschieben. Ne, nochmal. So. Und dich verschieben wir jetzt auch nochmal. So ist. So ist gut. Dann hüpfen wir rüber. Und holen uns die Kiste mit einem Heiltrank. So. Eieiei. Eieiei. Gut, gibt's sonst noch irgendwie wo was? Nein, gibt es nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt nach Tolbi. Welch, was sich hier befindet. So. Und bevor irgendwas ist. Ausrüsten, Freunde. Ausrüsten. Meisterrappier, große Axt und eine Kriegskeule. So. Große Schwert. Attacke steigt. 220. Ich mach erstmal. Ich guck erstmal so durch. So, das war 220. 208. 220. 220. Gut. Also 220. Genau. Ach. Okay. Erstmal die anderen. 174. 170. 164. 168. Also auch ein großes Schwert für Garret. Genau. Spieleticket kriegt Isaac. Dann schauen wir mal weiter. 148 für Mia. Ganz genau. Nee, nee, nee. Okay. Dann verkaufen wir mal. Das Claymore. Ähm. Was können wir noch verkaufen? Was brauchen wir nicht mehr? Aha, ha, 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 ha. Hier war doch was. Die Federhandschuhe, die brauchen wir nicht mehr. Und die Seitenrobe können wir verkaufen. Und ja, das war's an sich. So, ähm. Erstmal gucken. Items. Da, da, da. Die Minze hebt die Schnelligkeit an. Schnelligkeit 104, 81. 113. Äh. Ja. So. Haben wir jetzt mal für Mia gemacht. Glück. Wer braucht mehr Glück? Oh, Garret braucht unbedingt mehr Glück. So. Rauchbombe. Elixier. Aha, ha, 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 ha. So, Psy-Kristall. Wer hat denn die ganzen Psy-Kristalle? Garret. So, dann haben wir Elixier. Mia. Zwei Stück. Gegengift. Geben wir auch hier. So. Ah ja, die Waffe noch. Wollte ich mir kaufen. Das ist jetzt wichtig. So, gleich anlegen, bitte. Danke. Spieleticket kriegt wie immer Isaac. So, jetzt noch die Rüstungen. So, ähm, Panzerrüstung. 127. 125. Und. Okay. Ja, dann ist es die Panzerrüstung. Genau. So, äh, Spiele-Ticket kriegt wie immer. Ach so. Gut. Dann kriegst du jetzt Mia. So, dann nochmal eine Panzerrüstung für Garret. Gleich anlegen, bitte. So. Die beste. Auf 114. Und was war hier noch? Auf 112. Dann nehme ich das natürlich für 114. So. Gleich anlegen, bitte. Genau. Ja, ja. Spieleticket kriegt sie. So. Schild. So. Handschuhe, Armband. So. Das ist so. Gut. Also. Zwei Schilder. Gleich anlegen, bitte. So, und nochmal, bitte. Für Garret diesmal. Ja. So. Dann war das hier noch. Gleich anlegen, bitte. Ja, ja, ja. Spieleticket. Kriegt sie wieder. So. Helm. Hut. Und. Also. Und Stahlhelm. Okay. 134. 138. Ja. Dann ist es eindeutig. 134. Gleich anlegen. Danke. Gleich anlegen. So. Eine Panzerkabbe. Und ein Schutzreif. Okay. Zweimal nochmal. Ja. 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 Das. Ist jetzt natürlich doof. Das heißt, wir müssen wieder was verkaufen. Das brauchen wir nicht. Die Rauchbombe brauchen wir nicht. Was brauchen wir noch nicht? Ähm. Lebenswasser. Nüsse. Äh. 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 Na. Die Spieletickets können wir verkaufen. So. Ähm. Elixiere. Hatte er nicht auch noch? Ne. Ein Lebenswasser hat er noch. Ähm. Achso. Nüsse hast du noch drei? Ne. Verkaufe ich die noch mit? Äh. 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 Glücksmedaillon. Nein. Das brauche ich noch. Ähm. Eins. Hopp. Verkaufe ich so noch. Gut. So. Jetzt nochmal kaufen. Und zwar. Den Stirnreif. Genau. Gleich anlegen. Ganz genau. So. Das war es jetzt aber. Gut. Ähm. Hm. Ja Freunde. Das war es nicht nur vom Einkauf her. Das war es auch für diesen Part. Also Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.